Hi Leute, Desano hier und willkommen zu einer neuen Folge von Hardcore Desano. Wie viel Meter kann er machen, ohne an einem Stein hängen zu bleiben und den Charakter zu verlieren. Ganz viel Spaß dabei. Was du halt hier richtig geil sammeln kannst, ist, ne, hier um die Solarfarben drumherum, da sind so viele Ressourcen, so viele Behälter, die du aufmachen kannst, das ist wahnsinnig. Echt gut. Muss erstmal mit meinem Therapeuten sprechen. Bin sensibel, genau, schreib mich bitte an. Bin sensibel. Ja, oh, ein paar Kinderschuhe. Kleine Kinder, ne, schöne Schuhe, meine neuen Sneaker, leider geil. Oh. Farm, der nahm ist Programm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, Applaus. Applaus. Ja, wo hast du den Loot versteckt? Ich weiß nicht. Ressheit. 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 Ach, Modell 700. Na 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 na. Er wurde nicht aufgehoben. Was das nicht extra XP jetzt gegeben hat, weil wir die East Mall komplett übernommen haben. Oh nein, Rallye Holster. Ich muss gucken. Ja, auf jeden Fall, wir haben eh ein paar gelbe Kenne zu viel. Toll, Duping Effektivität, ja hauptsache ein Mod drin, scheißegal ne. Hauptsache ein Mod drin. Lauf zur Zeit mit erhobenen Händen rum, hab mir extra einen gemietet, der mit ner Waffe hinter mir herläuft, damit es jetzt so auffällt, dass ich Sonnenbrand unter den Achseln hab. So sensibel bin ich. Ich denke, jetzt gucken wir mal grad. Ab ins Theater. Odessa Soya hat ihre Knie schoner vergessen. Ja, Anfertigung frei geschadet, da ist ja die Crafting Station. So. 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 Tadaa Umbau Umbau. Ist so. Wenn das daheim auch so schnell gehen würde. Du hast ja nur Scheiß im Angebot. Nee. Sehr gut. Schießstand freigeschaltet. So, warte mal. Wo ist der dann? Okay. GG. Ein völlig geschafft. Schon alle medizinischen Vorräte von DC geplündert. Ist so. Sag ich doch zum Thema neuer Content. Einmal komplett von vorne anfangen. Das Gefühl wie neuer Content. Ja. Ist schon geil. Da merkst du noch mal, äh, ähm, tatsächlich, was einen so beim ersten Mal und gerade in den Anfängen abgeholt hat auch noch, gell. Zusätzlich zu dem geilen Gameplay und dem ganzen Pipapo. Elektronik device detected. War das einfach geil aufgebaut hier. Ja, ja, das kannst du knicken. Da geh ich nicht rein. Und ich weiß nicht jetzt. Auf gar keinen Fall. Ich muss kurz gucken. Elektronik device detected. Elektronik device detected. Nehmen wir nur mit. Hallo. Schieß Strand wär mir lieber pro Treffer an meine Pina Colada. Ja. Ja, den ich auch nehm. Aber ein Ipa nehm mal mit Bacardi. Das kann ich sehr gut. Hab ich geübt im Urlaub. Hab ich geübt. Als ich meinen neuen HC gemacht hab und das erste Mal zum Mini ins Weiße Haus gegangen bin, ist mir aufgefallen, dass sie die Figuren, die man in der Open World sammeln kann und später im Weißen Haus stehen, auf dem Tisch stehen. So kleine geile Details im Spiel. Ja, da kann man halt sagen, was man will. Das kann massive halt, ne? Wenn sie wollen. Ne? Dann können die das. Ach, die gesamte Open World und die Atmosphäre und sowas. Das. Das können die. Wie kaum ein anderes Studio, muss man echt auch sagen. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wisst ihr? Ich war nämlich dran. Dann bewegen wir uns hier in die Richtung jetzt. Dann nehmen wir dich mit. Äh. Wollen wir aber hier hin. So. Piu, 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 endlich schießen üben. Jetzt. Ich renne aber auch halb blind, halb links blind rum. Äh. Weil ich vieles einfach verpeile, gell? Ich glaub keine gute Idee, die nehm ich erstmal. Die nehm ich erstmal weg hier. Hätt Janses einfach geil gemacht. Ja. Ja, exakt, absolut. Das ist gut. Das ist gut. BAM VIEW Ja, das ist es. Das ist gut. Oh. Ja, auch jetzt. Oh. Da sind alle rausgelaufen. Da hat keiner was anständiges fallen gelassen, ich geh am Stock. Ob die Graffitis die in der Stadt verteilt sind, viele echt richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, du bist so ein dicker. Da diggit, da diggit, da diggit. Das war vorher nur Aufbau-Game mäßig. Ich bin nicht unterwegs, aber als Division 1 rauskam war es bei mir genauso. Ja. Beste. Mein Bruder hat mich zu Division 1 geprügelt, hatte nach zwei Spielstunden ausgemacht und den installiert. Aber zum Glück ist er monatelange hartnäckig geblieben. Dann kommt der 2-Stufe unter dir, der kitzelt nur. Sonst würdest du jetzt vielleicht Fortnite spielen, oder? Das ist tatsächlich jetzt eine Überlegung wert, ne? Das Problem ist, dass das Nachladen vom LMG, wenn es brenzlig wird, mit fast 6 Sekunden dann halt echt brutal ist. Selbst bei den 100 Schuss. Deswegen lasse ich das lieber. Ich lasse das lieber. Ich habe gehört, es ist gefährlich. Ich hatte schon zwei Teile Providence. Ich zieh die an. Ich zieh die an. Okay. Wir können gleich von hier zum weißen Haus gehen, aber kurz hier zur Hotelkrankstation. Nimm natürlich mit. Nachladen mit Low Level ist übel. Aha. Kannst du nur zu zweit machen. Das ist echt brutal. So. Oh. Okay. Okay. ich bin nicht genug kritik sollte ich das ausnutzen könnte aber zweier bonus ist schon gut so Navy Hill Style das habe ich mitgekriegt Pio da war ein bisschen was los ist das gemein Lexi liebevolles necken what the fuck was war das denn fuck die sind zu groß alter Idiot immediate medical assistance needed agent killed alter what the fuck oh mein Gott ich habe die Läufe ich habe die Läufe nicht geachtet ne die waren rette rot ich dachte was ich dachte was gibt mir da einen One Shot dachte ja Mensch kann ja nicht sein nimmst du noch mit den Kontrollpunkt waren die stärker als du ja die haben die haben Totenkopf gehabt ist mir aber nicht aufgefallen die waren ein paar Level über mir ein paar viel Level was Glück habe ich das aufgenommen also vom Level höher ja ja viel höher ach 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 ja moin Iskali da kommt man rein und liest tot was da los ja ich bin ich bin ich bin in ein Gebiet gelaufen ich wollte einen Kontrollpunkt mitnehmen habe aber nicht darauf geachtet und auch vergessen tatsächlich dass es manche Gebiete gibt die halt noch vom Level extrem hoch sind ne ja genau das ist mir auch passiert beim roten drachen verstärkung bringt stufe 24 mit da war ich stufe 9 boah heftig heftig aber schön war es mit dir man sieht sich ja tschüss oh geil okay 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 das war Nummer 1 das war HC Nummer 1 okay schade war meine eigene Dummheit feinhalb Stunden habe ich überlegt ich war dabei und durfte es miterleben ah Agent löschen wenn ich jetzt einfach auslocke vielleicht entsteht dann ein Bug und ich kann mich doch wieder einloggen mit dem ne ne bitte weg könnte dir so passen ja okay ja okay aber das das ist mir eine Lehre ne klar ich hatte noch drauf geachtet ganz unten ähm war die Hauptmission Level 14 und dachte ich klar levelst du dich ein bisschen hoch und äh gehst dann mit entsprechendem Level dahin ne aber dass der Judiciary jetzt ähm Level 20 plus war das war natürlich bitter das war natürlich bitter guck 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 naja naja nützt ja nix aber war ne geile erste Reise ja hühls g aber berühls im